und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge rocket league mit dem gewöhnlichen spaß die ist wir haben diesmal items aktiviert wir dachten das müssen bringt ein bisschen abwechslung rein und ich sehe absolut gar nichts wo der ball gerade ist ich habe stacheln alter bleibt hängen stacheln alter moment moment halt moment lass ich überlegen wie fahr ich da jetzt rein jeder fährt vorbei Nico wie du fast dagegen gefahren wirst gerade so dran vorbei so kommt und wird jetzt was hier eric vorlage das ist schlecht nein ich muss ihn von hier wegkriegen und nicht dahin jetzt auto was machst du eigentlich das fragt nicht mehr die ja auch manchmal dass die karren sich anhören wie es so ein wie so ein rasenmäher das war jetzt aber denkbar unglücklich ja so kann man es auch sagen ich hätte dir selber wieder rausgehauen ja mit magneten ins tor und dann wieder raus das war jetzt ein bisschen abschlecht ja komm jetzt jetzt Simon pflanzt schon wieder bäume eric hast du oder eric eric hat 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 du wirst gerade in dem moment getauscht alles oh schade schade vorlage oh eric sehr gut da habe ich zwar gar nicht viel zu beigetragen aber ja doch du hast ihn reingemacht oder ja doch der ist reingemacht da habe ich nichts nämlich zu tun nichts zu tun nichts zu tun diesem tor distanziert sich eric distanziert sich eric stammt du mal steuerst fort fuck alter warum gebe ich gas ja der wer friert leute ne nicht in die andere richtung das ist die falsche richtung ey also nico ich habe alle zerstört komm Simon ich hoffe kann man am Ball vorbeifahren ist der Ball ist der Ball nein Simon du bist du bist ein häzlicher Schweinehund Simon ja was denn ich stehe da nur ich darf da stehen nein guck nein guck das war nicht schlecht Simon weg da ich habe die falsche taste gedrückt wo war ich da jetzt plötzlich am anderen Ende der Karte war das Spielfeld achso lol boah hat eric fast den Schuss noch geklaut ja das ist nächstes Level vom das ist nächstes Level vom du hast du hast du hast mich weggekickt du hast mich weggekickt du hast mich weggekickt ich habe es versucht erik ja passt stets bemüht wirbelsturm weg mit dir weg mit dir ui ui das war ein bisschen arg heftig naja gut gut eri nein nein fast nein Boah ey wirklich Niko danke das war jetzt minimal belastend das ging das Thema Eigentum auf ein ganz anderes Level finde ich das war jetzt minimal belastend Scheiße! Weiß die Sache ist vorbei und dann noch immer! Erik, du gehst! Das tut es total... Das kann man glauben! Was ist die Glanzleistung des Monats denn? Zwei Glanzleistungen des Monats! Ja gleich! Ich bin so gut, ich mach nichts! Das macht zu viel! Ich hab keinen Boost! Ich hab keinen... Naja... Ich geh! Schade! Oh! Erik, 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 Erik! Nein! What the fuck? Nein! Kommst du bitte mit? Jawohl! Danke! Nee! 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 Warte! Lass das! Hab ich! Hab ich! Erik, hatten! Jawohl! Was macht das Ding da wieder? War das ein Eigentum? Ja! Guck's doch mal an! Anstatt dieses Ding den Ball zu einem her, zieht es den Spieler zum Ball! Ja richtig! Der Tölpel zieht den Ball zu dir! Hä, wo ist Simon? Bei dir! Hä, wo? Ich seh dich nicht! Ach lol! Wir haben jetzt nen Puck! Haben wir gesagt, wir kühlen uns ab! Oh mein Gott! Ich bin beim Erik nicht! Ich bin ja belastend! Ja, der ist... Der ist AFK, hat er gesagt! Deswegen machen wir ja schon ne Runde ohne Erik! Und Erik kommt nachher noch dazu! Sollen das werden hier 2 gegen 1, ey! Das ist... Ich bin ja egal! Wie weit ist denn? Wenn man in der Reihe nicht verfeinigt... Ja! 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 Niko. Jetzt. Als ob. What? Ja, wait. Judy ist bei mir im Team. Ist übrigens der kleine Puck. Hä? Judy, du warst doch grad bei Simon im Team. Ja, gerade. Oh, hier fangt's schon an. Simon! Ja. Hat mich voll ausgetrickst, Simon. Was ist denn das jetzt schon? Och, nö. Och, Focky, find ich mega geil. Hab ich grad ein Tor geschossen. Okay, das kann ich wenig. Was mach ich hier eigentlich? Scheiße. Ich bin schon mal da her, wenn ich so gut zu spät. Ähm, ja Erik, da musst du ran. Nö. Oder auch nicht. Da musst du ran, Erik. Nö. Das tue ich gar nicht. Ja. Ey, pfff, voll vorbei. Wir hatten ja gehalten. Es wär ja fast vorbei. Geh gang. Fast. Ja. Wo ist der Puck? Ja. Huh. Nein. Juli. Ich spring drüber. Ich spring drüber. Du spring net. Du brauchst net spring. Du spring net. Ja, du spring net. Ja, du spring net. Jo. Du kannst nur Laura sagen, wa? Nee. Nö. Du dachtest auch. Nö. Alter, Alter, rein hier. Ja, und wer hat das Tor gemacht? Natürlich Erik. Nein. Die hab ich nicht. Ja, Alec. Wir sind auch mal wieder vorbeikommen. Nein! Ja, scheiß. Oh. Oh! Oh! Oh, drei. der Rekord was ist Juli guck bitte guck bitte einfach nicht wer die Vorlagen gelegt hat Niko das war nein das ist ja zu viel Juli die ganzen Videos müssen wir ja dann auch mal auf den Plan jetzt irgendwie noch ja wobei wir geben ich du bist manchmal ganz leicht nur zu hören ich äh Erik hat sich ja freiwillig gemittet das schneiden ne ja so war es ja aber nur für Bausinn was jetzt komm rein da rein da oh gibt's doch nicht ey nein nicht da nicht dahin Juli Niko du schiebst ihn in unsere Richtung nein das war Erik hä du bist in mich geknallt ja da gibt's kein ja aber ich hab's auf Aufnahme komm rein da na oh je boah war das gut Erik was hast du gerade gemacht du hast mich da glaube ich eingeschoben du wach ich wäre einfach nur noch drauf ich hatte voll Wust das war das war ja mal eine Rettung ey Hauptsache die Richtung stimmt wo ist denn der Puck hier dreht im Kreis drum herum ey nein 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 oh richtig getäuscht der kann zumindest nicht so so im Backhüpfen vorm Tor aber ja ich glaube wir spielen nächstes Mal wieder im normalen Ball oder wollen wir mal den ganz super schnellen Flitschip Ball oh nein bitte nicht weißt du doch oder du noch mal den Würfel wir können noch mal Zeitlupe spielen Zeitlupe? oh Gott nee ich denke ich kann's mal einstellen wie du möchtest da kann man schön fliegen das ist aber dann die letzte Runde dann warte nern ja spring mein Puck wie viele Aufnahmen habt ihr jetzt eigentlich habt ihr jetzt eine ist auch noch mit der Aufnahme drin oder habt ihr die beendet nach der letzten Runde nö ich nehme auch er macht zwei Runden quasi pro Vollgang drei drei jo ja gehen ja schnell ja ne Runde ist aber fünf Minuten noch nicht mal ne nicht ganz sieben nein drei Minuten oder ja gut wenn du halt die ganzen Unterbrechungen dazu rechnest aber du schneidest auch wieder was raus nachher ja eben ja warum die Matches kann man danke Simon oh man ey Mayo 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 ja Mayo ist auch besser ja ja das stimmt ich hab keinen Boost man ja ohne ja juli was ist spring net wie oft willst du es noch sagen jedes Mal wenn du beim Fuchs springst jetzt bin ich ja mal gespannt Niemand im Auto Niemand du machst das oh Gott ähm ja vor lauter Zeit Lubek hätte ich dann gedacht dass der Boost braucht ja die Uhr dann das dann runter zählen dem toll ja dann hat man sogar mehr spielt mehr spielte jetzt rein da rein da das ist die falsche richtung ich bin dumm ist aber auch wieder die scheideste map für den scheiß du hast die ausgeräht das ist zufällig alter erik fliegt hier in zeitlupe aber man kann man kann man kann man kann man kann seine sachen tatsächlich etwas kontrollierter machen ich war schon viel zu weit der replay ist im normalen das ist irgendwie irgendwie nervig und irgendwie faszinierend ja fast das war jetzt man kann aber versuchen diese slo man danke julie was denn du hast ihn gerade von dem spot weg weg geschoben wo ich hingefallen werde ist mir direkt ins tor gegangen sie gehen doch alle was mache ich hier jetzt fall endlich mal runter ich will grip erik was hast du da aufgeschwatzt und habe ich habe ich sogar in zeitlupe trifft schnitt jetzt habe ich aber wirklich ein rasenmäher um sound das war jetzt falsch rasenmäher mit gang schaltung was für eine gang schaltung was für eine gang schaltung judy was hast du da gemacht boah danke judy alter ich mache hier wieder meine kreise um den ball das ist unglaublich oh und die springen immer noch drunter ja jetzt kommt meine o jetzt kommt meine o die kenne ich auch meine o ähm ähm der kommt ganz ok gut alles easy ganz entspannt erik hey das ist nicht weg fest ich ach 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 ich glaube ich kann gar nicht ach ach absolut nicht pass auf wir spielen wir spielen gerne mal eins schnell und dann ist so ach 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 Alter auch Nein, ich habe außerdem noch nach links gelenkt, bevor ich am Ball war. Oh Mann. Ich muss nach hinten fahren. Nein, auf geht's jetzt nicht. Warum lockt ihr die Zähne? Jetzt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das Spiel ist einfach nur scheiße. Bis zum nächsten Mal. Tö.